Willkommen zu meinem Pitch zum Thema Prüfung Neu Denken. Mein Name Cornelia Fischer und ich suche Sie. Also Sie, wenn Sie sich austauschen möchten über die Digitalisierung von Prüfungen, Chancen und Risiken von Open Book Prüfungen, Prüfungssoftware, also kurz Prüfung Neu Denken. Schauen Sie mal, ich war gestern an der Hochschule und da habe ich diesen Umschlag abgeholt. In diesem Umschlag sind handschriftliche Klausuren, die ich mit diesem Stift handschriftlich korrigieren werde und dann wieder an die Hochschule zurückbringen. Haben Sie auch das Gefühl, man könnte diesen Prozess optimieren? Vielleicht sind Sie aber auch schon einen Schritt weiter und es gibt an Ihrer Hochschule solche Umschläge nicht mehr. Vielleicht haben Sie schon neue Prüfungsformen entwickelt. Vielleicht haben Sie schon Erfahrungen mit Open Book Prüfungen gemacht als Studierender oder als Dozent und kennen das Prinzip, dass man im Rahmen einer Prüfung die Möglichkeit hat, auf Fachliteratur wie hier einen solchen juristischen Kommentar zuzugreifen. Total interessant, so ein Ansatz, aber auch ein Ansatz, der ganz viele Fragen aufwirft, nämlich wie geht man dann mit dem Thema Täuschung um? Welche Prüfungssoftware benutzt man für solche Prüfungen? Und tatsächlich die eigentlich wichtigste Frage, wie sollen denn solche neuen Prüfungsformen inhaltlich aussehen? Ich bin Juristin, Professorin für Öffentliches Recht an der HSBV, das ist die Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung im Land Nordrhein-Westfalen und die Klausur, die ich Ihnen gezeigt habe, war eine Klausur aus unserem Studiengang Polizeivollzugsdienst. Das heißt, angehende Polizeibeamte schreiben ein 30-seitiges Gutachten zu Rechtsfragen aus dem Staatsrecht. Und da frage ich mich, gibt es nicht Prüfungsformen, die der Arbeitsrealität zukünftiger Polizeibeamte näher dran sind als solche handschriftlichen Gutachten? Und weil ich diese Fragen wichtig finde, habe ich ein Drittmittelprojekt akquiriert. Mein Drittmittelprojekt heißt PEP. PEP steht für Praxisnah elektronische Prüfungsformen und wird durch die Stiftung für Innovation in der Hochschullehrung gefahren. Wenn Sie sich auch mit solchen Fragen beschäftigen, die spannend finden, wenn Sie vielleicht schon Antworten haben, dann würde ich mich sehr freuen, Sie gleich im Breakout-Route kennenzulernen und sage herzlichen Dank. Und aber herzlichen Dank für den ersten Pitch, genau und super pünktlich gelandet. Wir machen direkt weiter mit Hisham Nasmi von der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hof und dem Projektkürzel DigiHIP. Wir lernen jetzt, was sich dahinter verbirgt. Hallo zusammen, ich bin Hisham Nasmi von der Hochschule Hof. Das Projekt DigiHIP ist quasi der dritte Teil einer Filmreihe, wenn man das so nennen will. Ich würde Sie gerne einladen, uns dazu dabei zu helfen, in einer Breakout-Session dieses Drehbuch weiterzuentwickeln. Was bedeutet dritter Teil? Der erste Teil, den hatten wir alle erlebt. Das war vor diesem komischen Virus, der uns alle beschäftigt hat. Da haben wir ein bisschen Präsenzlehre gemacht, also nur hauptsächlich Präsenzlehre mit digitalen Anteilen. Der zweite Teil ist gewesen, unsere komplette Online-Lehre. Bei uns an der Hochschule hatten wir das teilweise. Ich weiß nicht, wie es in anderen Hochschulen war auch. Wir haben ein bisschen Hybrid-Lehre versucht. Präsenzlehre kam dann auch wieder dazu und jetzt sind wir im dritten Teil. Die große Überschrift von dem dritten Teil für uns ist, und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Wir wollen natürlich alles, best of both worlds, best of all worlds, alles am besten in die Online-Lehre haben. Wir als Hochschule haben das Ziel, Präsenz zu sein. Das ist eine Präsenzhochschule. Wir wollen aber natürlich die Online-Einteile überhaupt nicht vergessen. Darf man auch nicht. Und das ist die große Gefahr jetzt gerade wieder. Daher sind wir mit dem Projekt DigiHype, was ausgeschrieben digitale Lehre im Bereich der MINT, im Bereich MINT, so wie Hybrid-Lehre in Präsenzhochschulen bedeutet. Das heißt, wir wollen einfach alles verbinden miteinander. So gut wie möglich und so effizient wie möglich. Dazu sind wir gerade dabei, ein Drehbuch zu schreiben in Form eines Modelles, der Professoren, Professorinnen, Dozentinnen, Dozenten eine Möglichkeit gibt, anhand eines Leitfadens effiziente, gut organisierte Präsenzlehre mit digitalen Anteilen zu erstellen und dabei Sachen wie Lehrräume, gute Lehrräume, gute Didaktik, gute Ideen, gute Projekte, diese ganzen Punkte mit einbeziehen. Hierzu würden wir Sie gerne einladen, uns ein bisschen zu helfen, von Ihren Ideen uns beizubringen und an dem Drehbuch teilzunehmen. Vielen Dank. Wunderbar. Herzlichen Dank für die Kurzvorstellung. Gerne. Ich war sogar noch schneller als drei Minuten. Ja, wunderbar. Das macht überhaupt nichts. In die Richtung ist das alles, ist jede Abweichung erlaubt. Ich leite direkt über. Wir machen weiter mit Professor Dr. Nina Weimann-Sandig von der Evangelischen Hochschule Dresden und Projekt BEDIRA. Ja, hallo zusammen. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass ich heute das BEDIRA-Projekt Beziehungsarbeit im digitalen Raum vorstellen darf. Digitalisierung der Hochschullehre ist eine feine Sache. Aber jetzt stellt euch bitte mal folgende Situation vor. Sozialarbeitende, pädagogische Fachkräfte oder Pflegefachkräfte haben ihr überwiegend digitales Studium mit Bravour abgeschlossen und stehen jetzt in ihren Praxisfeldern vor Klientinnen und Patientinnen und merken, ich komme an diese Menschen nicht ran. Der Beziehungsaufbau gelingt mir nicht. Beziehungsaufbau und reflexive Kompetenz sind in diesen Berufsfeldern aber das A und O. Unserer Meinung nach braucht es für Hochschulen mit sozialen personenbezogenen Studiengängen nicht ein digitales Lehrkonzept von der Stange, sondern ein maßgeschneidertes digitales Lehrkonzept. Und das wollen wir im BEDIRA-Projekt erarbeiten. Und hier brauchen wir eure Hilfe. Es hat viele Jahre gebraucht, um meine Kolleginnen und Kollegen davon zu überzeugen, dass digitale Lehre punkten kann. Warum das? Weil sich unsere Hochschule durch Beziehungsarbeit auszeichnet. Wir legen Wert auf Supervision, auf Reflexion, das Vermitteln und das Einnehmen einer forschenden Haltung in allen Studiengängen. Wir tun das auch deshalb, weil die Bereiche Pflege, Kindheitspädagogik oder soziale Arbeit junge Professionen sind, die auch lange um ihre Anerkennung als Professionen kämpfen mussten. Der Anspruch ist es also, ein modernes digitales Lehrkonzept zu schneidern, das die Beziehungsarbeit, die wir in der Präsenz auf sehr hohem Niveau leisten, in den digitalen Raum übertragen kann. Und dazu wollen wir auch unsere Studierenden vermehrt einbeziehen. Kernstück unseres BEDIRA-Projektes ist beispielsweise ein studentisches Think Tank. Unsere Studierenden sind zu Recht kritisch. Die flachen digitalen Formate haben ihnen bisher zu wenig gegeben. Wir haben sehr viel Wert gelegt auf Informationsvermittlung, aber die Zugehörigkeit, die Unterhaltung, die Beachtung oder das Wir-Gefühl konnten wir bisher in den digitalen Raum nicht transportieren. Und hier würden wir uns freuen, wenn wir in der gemeinsamen späteren Session Inputs von euch, von Ihnen bekommen würden. Wie habt ihr das vielleicht geschafft? Was würdet ihr uns für Tipps geben? Wir suchen den Austausch und die Vernetzung und freuen uns sehr, mit euch ins Gespräch zu kommen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, auch in Richtung von Frau Wallmann-Sandig. Und entschuldigen Sie bitte, ich habe Sie eben vorgezogen und Frau Fischer übersprungen. Das tut mir total leid über den doppelten Fischer. Das wusste ich vorher, dass das ein Einfallstor für Verwirrung ist. Kein Problem. Das tut mir leid. Wir machen jetzt aber weiter mit Marfa Fischer. Sie kommt von der Hochschule Heilbronn und bringt uns das Projekt INDUCO mit. Vielen herzlichen Dank. Schönen guten Morgen zusammen. Ich bin Marfa Fischer, Professorin an der Hochschule Heilbronn und Gesamtprojektleiterin für das INDUCO-Projekt. INDUCO steht für Innovation durch Kollaboration. Ich möchte ganz gerne mit einem Zitat beginnen von Henry Ford. Der sagt, zusammenkommen ist ein Anfang, zusammenbleiben ist ein Fortschritt und zusammenarbeiten ist ein Erfolg. An der Hochschule arbeiten Studiengänge und Fakultäten unabhängig voneinander und isoliert voneinander. Und dadurch werden die Potenziale für die Zusammenarbeit nicht ausgeschöpft. Oft ist das nicht transparent, an welchen Projekten die Personen arbeiten und welche Expertisen die Personen jeweils haben. Wir möchten gerne Kollaboration und Innovationsfähigkeit im Bereich Studium, Forschung und Gründung an der Hochschule fördern und unser Projekt verfolgt drei Ansätze dazu. Zum einen Entwicklung eines lernzielorientierten, umfassenden Lernkonzeptes für einen Gesamtstudiengang Master Entrepreneurship, das mittels Gamification, Motivation und auch Spaß am Lernen, Lernerfolg für den Studierenden verbessert. Zum anderen eine Ideenplattform für Austausch für innovative Ideen, das mittels intelligenter Algorithmen Matching von relevanten Personen, Ideen und Plattformen und auch Gruppen ermöglicht. Zu guter Letzt ein Hochschul-Messenger für sichere Kommunikation im Bereich Lehre und auch Gruppenarbeiten. Und dieser Hochschul-Messenger soll basierend auf Distributed Ledger-Technologie umgesetzt werden. Alle drei Teilprojekte, also Lehrkonzept und Lehrumgebung, Ideenmanagement-System und Hochschul-Messenger greifen ineinander und können aber trotzdem auch einzeln als Open-Source-Software wiederverwendet oder erweitert werden. Wir möchten Sie ganz herzlich zu unseren Breakout-Sessions einladen, um mit uns auszutauschen. Zum Beispiel unter anderem über das Thema aus Ihrer Erfahrung, welche Online-Communities und Plattformen kennen Sie für optimale Zusammenarbeit. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf unseren Austausch. Das ist INDUCO, Innovation durch Kollaboration. Dankeschön. Herzlichen Dank, Frau Fischer, für Ihren Pitch. Da hagelt es die Emojis. Ich hoffe, Sie können die alle sehen. Und ich übergebe ans nächste Projekt. Das sind Frau Sloan und Frau Heidebrecht. Die machen das jetzt gemeinsam, kommen von der Universität Paderborn und stellen uns das Projekt DigiSelf vor. Hallo, das tut mir ganz gut. Wir haben nämlich tatsächlich ähnliche Anliegen in unserem Projekt. Unser Projekt heißt im Ganzen DigiSelf Digitalisierung als Herausforderung und Innovation in der Hochschullehre. Einsatz digitaler Hilfsmittel zur Förderung von Selbststeuerung, Feedback und der Integration nicht kognitiver Aspekte in die Prüfungsstruktur. Dieser etwas unhandliche Titel gibt einen Einblick darin, was wir alles machen wollen. Und auch, wie viele Ebenen da beteiligt sind. Wir haben Aufbau auf den Erfahrungen, aber auch der Innovation der Corona-Semester. Schauen wir uns die gezeigten Herausforderungen der Studierenden an, auf verschiedenen Ebenen. Einmal natürlich auf fachlicher Ebene. Daher sind auch alle Fakultäten bei uns beteiligt, aber auch auf überfachlicher Ebene. Wie auch auf der Ebene der Motivation und Position. Die Ebenen werden unter anderem mit digitalen Assessment-Feedback-Tools adressiert. Sowie einem Programm von studentischen Katschverlaufs, die quasi eine Vermittlerinnenrolle übernehmen, zwischen Studierenden und Lehrenden. Genau, und wir vertreten in diesem Kontext oder in diesem Gesamtprojekt die Arbeitspakete 5 und 6 und sind für die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation und für die Koordination und den Transfer zuständig. Dabei interessieren wir uns vor allem für die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Fächern und Fakultäten. Wir möchten Austauschtreffen anbieten, bei denen die einzelnen Mitarbeitenden aus den verschiedenen Bereichen zusammenkommen können und hoffentlich auch ein Netzwerk oder über die Fächergrenzen hinweg aufbauen können. Wir möchten dabei aber auch Transferpotenziale von den digitalen Lehrinnovationen, die in den einzelnen Bereichen entwickelt wurden und auch noch werden. Diese Transferpotenziale möchten wir in diesem Treffen auch erkennen und ausschöpfen. Insgesamt verfolgen wir das Ziel, so möglichst langfristig und auch vernetzte Strukturen an der Universität aufzubauen. Diese fachliche Zusammenarbeit interessiert uns aber auch auf einer inhaltlichen Ebene, weil wir uns fragen, wie sie einerseits die verschiedenen Teilprojekte, aber auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Mitarbeitenden beeinflusst. Und mit Hinblick auf die Studierenden fragen wir uns auch, wie diese, das zum Beispiel bei Lehrenden, wenn sie Lehrende aus verschiedenen fachlichen Hintergründen haben, wie sie diese Unterschiede wahrnehmen und erleben. Wir hoffen, dass wir insgesamt ihr Interesse wecken konnten und sie gleich gleich nochmal in einer Breakout-Session wiedersehen können und ihnen dabei nochmal nähere Einblicke geben können. Herzlichen Dank auch Ihnen beiden. Ich bin ganz begeistert von dem Zeitmanagement, was hier an den Tag gelegt wird. Meine Kollegin kommt gar nicht dazu, irgendwelche Tonsignale in die Welt zu posaunen. Wahrscheinlich haben wir Ihnen solche Angst gemacht damit, dass jetzt alle ganz diszipliniert sind. Im Chat sehe ich gerade die Frage, ob wir nochmal Projekttitel und Ansprechpartner in den Chat schreiben können. Das machen wir gerne gebündelt einmal für alle. Da müssen sich jetzt die einzelnen Projektverantwortlichen dann nicht bemühen. Das können wir einmal machen, dass wir die alle zehn da noch einmal vorstellen. Man sieht es am Ende auch noch in der Benennung der Breakout-Räume, die die Titel ebenfalls tragen. Das können wir also auch gerne nochmal im Chat gleich kommunizieren. Super. Wir machen dann weiter direkt mit Herrn Dr. Andreas Gnaden. Der kommt von der Universität Osnabrück und repräsentiert ein Verbundprojekt, was er aber mit sieben weiteren Hochschulen noch macht und stellt uns das Projekt souverän vor. Ja, ich hoffe, wie gesagt, ich hatte ursprünglich ein paar Probleme, aber ich bin wohl sichtbar, wenn auch ein bisschen blau. Aber das mögen Sie entschuldigen an der Stelle. Erstmal ganz herzlichen guten Morgen aus Osnabrück. Ja, Andreas Gnaden, ich bin CIO-Sprecher an der Universität Osnabrück und gleichzeitig Projektleiter in unserem Verbundprojekt, das heißt souverän. Und dieses Verbundprojekt umfasst acht Hochschulen und einen Verein. Acht Hochschulen, das sind kleinere und mittlere Universitäten in diesem Falle aus Niedersachsen. Und der Verein ist der niedersächsische Verein für digitale Lehre. Und es hieß ja, wir sollen unsere Kernidee einmal darstellen. Ich glaube, das kann man am besten tun, indem man die vier Arbeitspakete, denen wir uns verschrieben haben, ein bisschen skizziert. Und dann werden auch die Problemfelder, die wir bedienen wollen, glaube ich, ganz gut sichtbar. Arbeitspaket 1 haben wir genannt, agiles Innovationsnetzwerk. Und das beruht auf der Beobachtung, dass wir bei vielen anderen Universitäten Services sehen, die bei uns vielleicht auch klasse passen würden, die wir aber noch nicht abbilden können. Und da ist uns der Gedanke gekommen, wir müssen dafür sorgen, dass Innovationen in der digitalen Lehre schneller zwischen Hochschulen transferiert werden können und sich schneller verbreiten. Dafür wollen wir ein systematisches Innovationsmanagement einführen. Das zweite Arbeitspaket, da geht es dann um geteilte Lehr- und Lernmaterialien. Einige unserer Hochschulen im Verbund sind Partner im Projekt des niedersächsischen OER-Portals, was im Aufbau ist. Und dann ist es eigentlich ganz logisch, dass wir Werbung machen wollen für gemeinsam gepflegte Open Educational Resources, für Arbeitsmaterialien. Uns interessiert da insbesondere das Lehramt, aber auch interne Dinge wie Tutorien, Schulung oder Best Practice, die wir dort abbilden wollen. Und wir wollen nicht nur Werbung dafür machen. Wir wollen auch Anschubhilfe für die Lehrenden leisten zur Kooperation und zur Produktion. Das Arbeitspaket 3 heißt Klärung des Rechtsrahmens. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere von Ihnen, dass die Universität Osnabrück und der ELAN sehr stark involviert war bei der Veränderung des Urheberrechts vor zwei, drei Jahren. Das Urhebergesetz, § 52a, wurde geändert. Und damals wie heute beschäftigen uns einfach sehr, sehr viele Rechtsfragen. Und die beschäftigen nicht nur uns, die beschäftigen auch ganz stark die Lehrenden in der Pandemie. Und wir glauben, da ist erheblicher Klärungsbedarf. Den wollen wir leisten und dadurch unsere Nutzerinnen ermutigen, im digitalen Raum sich zu bewegen. Das letzte Arbeitspaket heißt bei uns IT-Basis. Beruht darauf, dass wir gesehen haben, die Werkzeugvielfalt, die Qualitätsanforderungen, all das wächst. Und ich darf das als Rechenzentrumsleiter an der Stelle einmal sagen, jeder in der IT werkelt so ein bisschen für sich allein. Das kann doch eigentlich nicht richtig sein, ist unser Gedanke. Und deswegen möchten wir versuchen, die Dienste nachhaltig gemeinsam zu erbringen und zu nutzen. Stichwort stärkere Professionalisierung, Standardisierung in einigen Bereichen, Stabilisierung. Das Gesamtziel bei dem Projekt ist, wir wollen Vorreiter für die Hochschuldigitalen Niedersachsen sein, die bei uns von der Landeshochschulkonferenz angestrebt werden. Motivation meinerseits wurde auch noch gefragt. Das ist eine Riesenchance, die uns Covid bei aller Tragik jetzt geliefert hat. Wir haben unheimlich viel gelernt und das gilt es jetzt in den Köpfen zu erhalten und auszubauen. Was ich mir von Ihnen wünsche, wenn Sie Lust haben, nachher bei uns im Chat mit drin zu sein, ist, haben Sie ähnliche Erfahrungen, haben Sie ähnliche Lösungsansätze? Gibt es Dinge, worüber Sie mit uns in der Sache diskutieren mögen? Das war's. Wunderbar. Herzlichen Dank. Ich weiß an dieser Stelle, weil es jetzt auch die Frage nochmal nach Schlagworten gab zu den einzelnen Projekten, die Ihnen auch gerne nochmal auf unsere Homepage hin, wo Sie auch alle Projekte nochmal mit Kurzbeschreibungen finden, die man auch nach Schlagworten durchsuchen kann. Und dann leite ich jetzt weiter an Christoph Koch von der Universität Bayreuth mit dem Einzelprojekt einer Hochschule, datenbasierter Lernunterstützungsassistent Dabaluga. Dankeschön. Haben auch Sie in Großveranstaltungen noch den Anspruch, alle mitzunehmen? Und möchten Sie möglichst auch bei 100 Teilnehmenden individuelle Feedbacks geben? Wir würden gerne Studierenden schon während des laufenden Semesters transparent deren Lernstand aufzeigen. Und wir würden gerne in der Lehrveranstaltung bedarfsgerecht, ad hoc sozusagen, die Lehrveranstaltungen, die Bedürfnisse und den aktuellen Schwierigkeiten der Studierenden anpassen. Dazu müssen Sie einerseits möglichst viele Informationen zu den Studierenden zusammentragen, die bisher noch verteilt sind auf verschiedene Orte. Sie brauchen eine Analyse der Studierenden, um Cluster zu bilden, um zum Beispiel deren Lernstand oder Schwierigkeiten zu clustern. Sie brauchen ein Tool, das Feedback automatisiert erstellt und auch für Großgruppen anwendbar ist. Und Sie brauchen eine didaktische Lernunterstützungsstrategie inklusive einer didaktischen Beratung und Begleitung. Im Dabaluga-Projekt an der Universität Bayreuth wollen wir eine datenbasierte Lernunterstützungsassistentin genau dafür konzipieren. Das Ziel ist es, die Abbruchraten sowohl im Kurs als auch im Studium in den ersten zwei Semestern zu reduzieren und Studierenden frühzeitig schon während des ersten Semesters Hinweise zum Beispiel auf Beratungsangebote zu geben. Die Daten werden datenschutzkonform sowohl aus dem Campus-Management als auch aus dem Lernmanagement zusammengefügt, ausgewertet, um dieses Feedback zu generieren. Das ist an der Universität Bayreuth deswegen möglich, weil seit 2014 ein Student Lifecycle erfasst wird, den wir analysieren wollen. Zusätzliche Daten erheben wir aus den laufenden Lehrveranstaltungen, beispielsweise mit Moodle und ViceFlow. Diese sollen einbezogen werden, um den aktuellen Lernstand innerhalb des Semesters auch noch einzubeziehen. Die datenbasierte Lernunterstützungsassistentin basiert auf Learning Analytics einerseits. Der hochschuldidaktische Ansatz ist dem Constructive Alignment Approach angelehnt und es gibt didaktische Ansätze im Rahmen eines Flip Classroom Konzeptes. Innovativ daran ist, dass Datenerhebung, Datenanalyse, individuelles Feedback und hochschuldidaktische Begleitung kombiniert, koordiniert angeboten werden, also die Daten erhoben werden, die wir wirklich auch brauchen. In der anschließenden Breakout-Zeit würde ich gerne anhand eines Beispiels aus den Wirtschaftswissenschaften mit Ihnen gemeinsam diskutieren und sammeln, wie wir das noch optimieren können, Ihre Erfahrungen. Bin ich sehr gespannt drauf. Ansonsten habe ich auch ein paar Fragen mitgebracht, um diese gemeinsame Zeit im Erfahrungsaustausch zu gestalten. Ich freue mich auf Ihre Beteiligung. Haben Sie herzlichen Dank für Ihre Kurzvorstellung. Wir machen weiter und sind jetzt bei Pitch Nummer 8 von insgesamt 10. Machen weiter mit Professor Dr. Sönke Knutzen von der TU Hamburg-Harburg und dem Projekt Open T4SD. Ja, vielen Dank. Ich möchte, das klingt ja erstmal ein bisschen kompliziert, Open T-Shape heißt das Ganze for Sustainable Development. Und ich will vielleicht kurz versuchen zu erklären, was die Idee dabei ist. Wenn wir uns die Studiengänge angucken in Deutschland, ich komme von einer Technischen Universität und da ist es ganz besonders, aber es gilt für viele Studiengänge eigentlich, dann sind die meistens sehr komplex und meistens sehr curricular eng geführt. Das ist eine Folge von Bologna. Ja, die Probleme, die wir aber auf der Welt sehen, sind in der Regel relativ komplex und auf jeden Fall fachübergreifend. Das heißt, aus den Disziplinen heraus können wir die eigentlich schlecht lösen. Sondern die Idee, die es in Amerika schon ein bisschen länger gibt, in Deutschland zum Teil, die wir jetzt aber mal ausprobieren wollen, ist ein T-Shape-Modell. T-Shape-Modell sagt Folgendes. Wir bleiben bei der disziplinären Tiefe, das ist sozusagen der Sockel des T-Es, aber packen da einen überdisziplinären, interdisziplinären Deckel drauf. Das heißt, es ergibt sich insgesamt eine T-Funktion. Das heißt, wir lassen die Studiengänge so, wie sie sind. Ich war lange Vizepräsident. Ich weiß, wie schwer das ist, Studiengänge zu ändern. Wir sagen aber, wir packen freiwillig sozusagen für die Studierenden einen 30-Leistungspunkte-T-Deckel da drauf. Und den legen wir bewusst interdisziplinär an. Wir wollen uns bei diesem T-Deckel ausrichten an den UN-Nachhaltigkeitszielen, den 17 Nachhaltigkeitszielen, die entwickelt worden sind. Und an diesen Zielen wollen wir versuchen, aus den Studiengängen heraus zu zeigen, Leute aus unterschiedlichen Disziplinen zusammenzubringen. Also wenn Sie sich den T-Deckel vorstellen, dann steht das nächste Tee natürlich mit einer anderen Disziplin daneben. Die Tees geben sich sozusagen die Hand. Und man kann über die Studiengänge hinaus Probleme lösen. Das ist das, was wir machen wollen. Wie gesagt, entlang der großen Nachhaltigkeitsziele. Wenn wir über Klimaschutz nachdenken, über saubere Energie, über das Brinklopf von Hunger oder Gesundheit, gibt es ja viele Themen, die so groß sind, dass wir sie nur gemeinsam lösen wollen. Was wir gerne machen wollen in der Breakout-Session mit Ihnen, wir wollen ein Werkstattgespräch machen, weil wir von Ihnen Impulse brauchen. Also haben Sie schon Erfahrungen mit solchen zertifizierbaren Zusatzangeboten. Wir wollen Sie aber auf jeden Fall zur Kooperation einladen. Das Ganze, was wir machen, nennt sich ja Open T-Shape. Das heißt, alles, was wir machen, ist open. Jede Universität kann all das, was wir entwickeln, nutzen, um es an ihrer eigenen Hochschule auch zu machen. Aber es ist auch open im Sinne von Partizipation. Das heißt, jede Hochschule, die möchte, kann auch Module erstellen und in das gemeinsame Curriculum einbauen. Wie gesagt, die Probleme sind so groß, dass sie auch für den Verbund der beiden Hochschulen, TU in Hamburg und die HafenCity Universität, zu groß sind. Deswegen die Einladung, lassen Sie uns Hochschule so denken, dass wir gemeinsam die großen Probleme der Welt lösen. Warum eigentlich nicht? Herzlichen Dank, auch für die schöne Abschlussfrage. Ja, wir kommen noch mal zu einem Verbundprojekt von der Universität Freiburg gemeinsam mit acht weiteren Hochschulen. Das ist das Projekt PEP, diesmal mit zwei P am Ende. Und ich würde Herrn Slotosch bitten, damit jetzt weiterzumachen. Ja, vielen Dank. PEP, noch mal PEP, diesmal mit zwei P steht für Partnerschaft für innovative E-Prüfungen, Projektverbund der Baden-Württembergischen Universitäten. Wir wollen im Grunde etwas Ähnliches wie das andere PEP-Projekt. Wir wollen uns auch um E-Prüfungen kümmern, vielleicht in einem etwas größeren Maßstab, weil wir ein großes Verbundprojekt sind. Unsere zentrale Innovationsidee soll sein, die Trennung zu überwinden von technisch-infrastrukturellen und didaktischen Entwicklungen und der Bearbeitung von Fragen der rechtlichen Zulässigkeit und der Akzeptanz, um E-Prüfungen so gesehen ganzheitlich zu gestalten. Das heißt, wir wollen nicht nur E-Prüfungen technisch umsetzen und weiterentwickeln und optimieren, weil E-Prüfungen werden seit 10, 15, teilweise 20 Jahren bereits geschrieben, sondern wir wollen das Ganze auch aus einem rechtlichen, ethischen und sozialen Blickwinkel betrachten. Dazu bauen wir etwas auf, was sich Reallabore nennt und Querschnittscluster. Und in den Reallaboren sollen diese technischen Entwicklungen passieren. Da bauen wir tatsächlich eher auf Dinge auf, die wir schon haben. Freiburg hat BW Lehrpool, falls das ein Begriff sein sollte. Am KIT gibt es KeaMod. Stuttgart hat auch Eigenentwicklungen wie WibLab und so weiter. Das soll da weiterentwickelt, angepasst, zusammengefügt werden und das Ganze soll dann innerhalb der Querschnittscluster mit der Realität abgeglichen werden. So geht das überhaupt? Können wir das so machen? Gibt es da rechtliche Einschränkungen? Gibt es da Einschränkungen, was die Akzeptanz, aber auch was die Barrierefreiheit angeht? Dass da halt dann oft gesagt wird, so muss das aber und der andere sagt dann, so geht das aber nicht. Das wird ganz oft vorkommen wahrscheinlich bei uns. Wir wollen E-Klausuren nicht neu erfinden. Das geht gar nicht. Also die sind schon da, die sind schon relativ gut. Wir wollen vielleicht neue Dinge dazu erfinden, aber wir wollen das Gesamte nicht neu erfinden. Wir wollen auch keine eigenbrötlerische Elite-Universitäts-Community werden, sondern das Ganze wird sehr offen. Alles, was wir entwickeln, alle Software, die wir entwickeln, werden wir als Open Source veröffentlichen. Alle Handreichungen, alle Whitebooks, was auch immer, was wir da schreiben, soll als OER zur Verfügung gestellt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und Teil unseres Transfergedanken auch, dass alles, was wir wirklich entwickeln, allen auch zur Verfügung steht. Das ist so ein bisschen, bei BW Lehrpool wird nicht nur an Unis genutzt, wird auch an HAW'n genutzt und egal, was wir dafür entwickeln, steht sofort zur Verfügung, sobald es ausentwickelt ist. Und wir wollen auch diesen regelmäßigen Austausch tatsächlich. Also deswegen sehr schön, jetzt auch in dem Breakout-Raum möchte ich mit Ihnen darüber sprechen, haben Sie Ideen, die wir bei uns andocken können? Haben Sie vielleicht auch ähnliche Vorhaben gehabt und können uns warnen vor Stolpersteinen, wo wir sagen, passt mal damit auf, das sind wichtige Punkte, da müsst ihr drauf achten. Wir haben uns dazu natürlich bei der Projektentwicklung Gedanken gemacht, aber man übersieht vielleicht auch dann mal den Wald vor lauter Bäumen irgendwo. Das ist unsere große Idee, da wirklich Dinge für alle zu entwickeln, die allen zur Verfügung stehen, da aber auch in den Austausch mit Ihnen zu treten, grundsätzlich die ganze Zeit über. Wir werden auch verschiedene Cluster-Konferenzen und so weiter anbieten, um da weiter zum Austausch zu kommen. Und was ich in der Breakout-Session dann möchte, ist wirklich da ins Gespräch zu kommen, da Ideen auszutauschen, und dass Sie sich unsere Ideen vielleicht auch noch mal genauer anhören und da dann Kommentare zu abgeben. Ich kretsch da einmal rein, weil meine Kollegin mir, ich glaube, den Ton hat man nicht gehört. Meine Kollegin hat da gerade ein Problem mit dem Ton. Und sage aber herzlichen Dank für Ihren Pitch. Und genau, das kriegen wir gleich wieder hin. Wir sind aber ja auch schon auf der Zielgeraden und steuern jetzt gewissermaßen mit dem letzten Pitch in unserem gemeinsamen Fahrstuhl, in dem wir alle stehen, das Penthouse an. Und ich übergebe an Peter England mit seinem Projekt Participate at UOL, UOL Universität Oldenburg. Ja, vielen Dank. Penthouse ist vielleicht zu viel gesagt. Das werden wir mal sehen. Ich bin nicht allein hier. Meine Kollegin Claudia Lehmann ist auch da. Wir machen das zusammen im Team natürlich. Ein Hinweis an alle Teilnehmenden. Schalten Sie bitte mal Ihren Bildschirm in den Fullscreen-Modus. Das geht unten rechts in dem kleinen Symbol. Ich bin nicht allein hier. 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 Amen. 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 Ja, kommt gern in unseren Breakout-Room. Wir freuen uns auf euch. Herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. Da kommt der Applaus. Das war ja fast schon ein besinnlicher Abschluss. Sehr schön. Vielen Dank. Vielen Dank aber vor allen Dingen allen zehn, dass Sie das mit uns hier gemacht haben. Und das war jetzt ja ein ziemlicher Ritt durch zehn tolle Projektideen. Meine Kollegin Johanna Menke bereitet jetzt nochmal einmal vor, genau da kommt es schon im Chat, die Einzelnen nochmal vorzustellen mit Namen. Sie sehen aber genau auch das, wenn Sie auf das Symbol für die Breakout-Räume gehen. Denn jetzt geht es ja darum, wir haben jetzt noch gute 20 Minuten Zeit, dass Sie mit den Projekten ins Gespräch kommen können. Wenn Sie auf das Symbol der Breakout-Räume gehen, das ist das mit diesen zwei kleinen Männchen und dem senkrechten Strich dazwischen. Da sehen Sie schon, dass die Breakout-Räume geöffnet sind. Die sind in der Reihenfolge nummeriert, wie die Vorträge es auch waren, mit dem Projektkürzel und dem Namen. Da haben Sie jetzt die Gelegenheit, sich zuzuordnen und eben Rüstfragen zu stellen, Kontaktdaten auszutauschen, zu sagen, Mensch, wir machen was ganz Ähnliches. Das und das ist unsere Erfahrung. Wir würden Sie jetzt einfach in Eigenregie in diese Räume lassen und Sie am Ende nochmal ganz kurz ins Plenum holen. Aber nur wirklich für ein kurzes Zusammenkommen, bevor wir Sie dann in die weiteren Programmpunkte entlassen. Ich wünsche gute Diskussionen und gebe die Breakout-Räume frei. Sie können quasi, wenn Sie das für Symbol aus 10 einfach reingehen und auch die jeweiligen Vortragenden ordnen sich natürlich bitte in Ihren jeweiligen Raum. Sie können quasi, wenn Sie das für Symbol aus 10 einfach reingehen und Sie können wie Sie das für Symbol aus 10 einfach reingehen und Sie können wie Sie das für Symbol aus 10 einfach reingehen.